Diabolo von Tim Time Dünne Rauchschwaden steigen vom Ende der Zigarette auf, die er sich gerade angezündet hat. Es ist schon die zweite in Folge. Ich beobachte den jungen Mann von etwa 30 Jahren durch das Fenster der Bar, in der ich gerade meine Schicht habe. Vor etwa einem Monat hat meine Frau mich verlassen, weshalb ich jetzt mehr arbeite. Nicht, dass ich besonders traurig um diesen Umstand wäre. Ich bin froh, dass ich jetzt mehr Zeit hier verbringen kann. In den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass es vermutlich meine Bestimmung ist, als Barkeeper tätig zu sein und, so wie man es aus Filmen kennt, Gedanken verloren in die Theke abzuwischen, während ich dem letzten Gast vor mir seine Sorgen abnehme. Die Leute vertrauen mir gerne ihre Probleme an. Meistens weiß ich gar nicht, was ich darauf erwidern soll, aber das muss ich auch nicht. Ich muss nie viel sagen. Meistens sind sie froh, jemanden zu haben, der keine Rückfragen stellt. Ganz anders als Andrea, die einerseits scheinbar ein Problem damit hatte, mir von ihrem Innersten zu erzählen und andererseits mehr Tipps von mir erwartete. Sie werden das jetzt vielleicht als widersprüchliches Verhalten bezeichnen und ich stimme ihnen voll und ganz zu, aber so war sie nun einmal. Aber was soll's, das Leben geht weiter. Vor etwa einer halben Stunde hat der junge Mann, der jetzt rauchend vor der Tür steht, das Tier alleine betreten, sich an einen Tisch gesetzt, ein Radler getrunken und war dann nach draußen zum Rauchen gegangen. Seine Jacke hängt noch an seinem Stuhl. Er war mir aufgefallen, nicht etwa, weil er alleine war, sondern weil ich noch nie einen Menschen gesehen habe, der eine solche Ruhe ausstrahlte. Mir war sofort klar, dass der Schein trügt. Nur ein Mann, dem etwas absolut grauenhaftes widerfahren ist, kann so ruhig sein. Er wirkt schon fast traumatisiert, wie er da draußen vor der Tür steht, etwas abseits der anderen Raucher. Anders als sie, die locker dastehen und ins Gespräch vertieft das Gewicht von einem aufs andere Bein verlagern, steht er seit zehn Minuten stockstill da, ohne seinen Stand auch nur einen Millimeter zu verändern. Nur sein Profil ist sichtbar und schummrig wird der Qualm seiner mittlerweile dritten Zigarette von den Lampen an der Hauswand beleuchtet. Plötzlich zuckt er zusammen. Der Stummel seiner Zigarette ist bis zu seinen Fingerspitzen abgebrannt. Doch er flucht nicht oder verzieht das Gesicht. Er schüttelt sich nur die Hand und kommt dann durch die Tür wieder ins Innere der Bar. Er geht zu seinem Platz, nimmt seine Jacke und kommt dann in Richtung Tresen. Es ist Mittwochabend und die Uhr schlägt schon bald Mitternacht. Die meisten Leute sind also schon weg. Um eine Uhr schließen wir. Der Mann schaut mich an, zeigt auf einen der Barhocker und fragt mit ruhiger Stimme, ist es möglich, dass ich mich hersetze? Klar, erwidere ich und lasse am Monitor neben mir die Drinks von Tisch 5 auf den neuen Platz des Mannes umrechnen. Der Mann bestellt ein weiteres Bier und beginnt wieder ins Leere vor sich zu starren. Als ich ihm seine Bestellung bringe, frage ich nicht nach, was los sei. Das ist nicht mein Stil. Bevor ich mich jedoch weiter als drei Schritte wegbewegen kann, spricht mich der Mann wieder an. Ich muss auf sie wirken, als wäre jemand gestorben, was? Ich sage nichts. Ich sehe es in ihren Augen, in den Augen aller Menschen um mich rum. Sie denken, ein geliebter Mensch wäre gestorben. Ich nehme den Lappen aus der Spüle und beginne, den Tresen abzuwischen. Wie schon gesagt, sehr klischeehaft, aber es erfüllt seinen Zweck. Aber das stimmt nicht, stellt der junge Mann fest. Dann ist es niemand gestorben. Noch nicht. Und es geht auch nicht um jemanden in meinem Umfeld. Ich frage nicht nach, was er damit meint. Und er erzählt es mir nicht. Noch nicht. Er trinkt weiter sein Bier und ich bediene ein paar andere Leute, die noch in der Bar sind. Zehn Minuten später ist er der letzte Gast. Glauben Sie an Carpe Diem? fragt er mich, als ich das nächste Mal an seinem Tisch vorbeikomme. Ha, mache ich. Kann man überhaupt nicht daran glauben? Ist doch eigentlich völlig klar. Keiner weiß, wann es vorbei ist. Also sollte ich den Tag nutzen, oder? Vielleicht werde ich ja heute Nacht auf dem Heimweg überfahren, oder? Der Fremde nickt Gedanken verloren. Keiner weiß es, bis es soweit ist, antwortet er dann. Wäre es nicht eigentlich gut, wenn man es schon vorher wüsste? Dann schweigen wir beide. Nach einer Weile räuspert sich der Mann wieder. Aber wären Sie zufrieden mit Ihrem Leben, wenn es jetzt enden würde? Himmel, der stellt vielleicht schwierige Fragen, denke ich. Doch das sage ich nicht laut. Ich denke an Andrea, mit der ich 15 Jahre lang verheiratet war, bis sie mich verlassen hat. An die ganzen Jahre, bevor ich angefangen habe, in der Gastronomie zu arbeiten. In denen ich etwas gemacht habe, das gar nicht meine Bestimmung war. Das ich nur gemacht habe, um Geld zu verdienen. Ich fürchte, der Mensch ist ein Perfektionist, sage ich. Ich glaube, dass man nie rundum zufrieden sein kann. Wenn man zu viel darüber nachdenkt, gibt es immer etwas, bei dem man sich hinterher denkt, man hätte es lieber tun oder lassen sollen. Aber werden Sie im Großen und Ganzen zufrieden? Denken Sie, Sie haben gelebt? Hm, ich denke schon, antwortete ich. Ich hatte natürlich noch sehr viel vorgehabt. Schließlich bin ich noch recht jung. Aber ich habe meine Lebenszeit nicht vergeudet. Sie haben keine Fehler gemacht? Klar habe ich Fehler gemacht. Jeder macht Fehler, aber aus denen lernt man, oder? Und wächst daran. Wieder schweigen wir. Mir kommt plötzlich ein Gedanke, den ich in einer solchen Situation noch nie gehabt hatte. Worum ging es diesem Mann? Brauchte er Hilfe? Andere Hilfe, als dass man ihm zuhörte? Stellen Sie sich vor, Sie wüssten jetzt, dass Sie noch 24 Stunden zu leben haben, sagte der Mann. Was würden Sie tun? Ich komme zu dem Schluss, dass der Mann vermutlich einfach ein rein hypothetisches Gedankenspiel treibt, wie man das halt manchmal tut, wenn man schon recht angetrunken ist. Ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, das weiß man erst, wenn es wirklich soweit ist. Das Leben ist schon merkwürdig, stellt der andere Zusammenhang los fest. Man weiß nie, was kommt, bis es soweit ist. Man kann spekulieren und vermuten und sich noch so viel in den Kopf darüber zu brechen, wie man in was für Situationen handeln würde. Doch zum Schluss kommt alles ganz anders. Vor 24 Stunden, um genauer zu sein, der Mann schaut auf die Uhr. Es ist 23.35 Uhr. Vor 23 Stunden und 35 Minuten habe ich mir so viel vorgenommen, was ich noch als letztes tun würde. Doch ich habe fast nichts davon gemacht. Ich schaue auf. Meine Hände haben aufgehört, Gläser abzuspülen. Wie meinen Sie das? Sage ich langsam. Sie werden doch nicht... Doch, werde ich. Ich habe noch exakt 25 Minuten zu leben. Was? Ich... Ich meine, woher wollen Sie das wissen? Der Mann nimmt einen Schluck von seinem Bier. Ich habe in einer Vision um Mitternacht gesehen, dass ich noch 24 Stunden zu leben habe. Wie ich sterben werde, ist unklar. Ich weiß, dass es kein Albtraum ist, weil schon mehrere Leute in meinem Umfeld behaupteten, eine solche Vision über sich gehabt zu haben. Meine Oma, eine Ex-Freundin. Jedes Mal hat es sich innerhalb von 24 Stunden bewahrheitet. Jedes Mal war es eine natürliche Todesursache. Kein Hinweis auf geplanten Selbstmord oder Ähnliches. Aber kann es nicht Zufall gewesen sein? Frage ich. Oder vielleicht eine sich selbsterfüllende Prophezeiung? Es müsste schon ein extrem großer Zufall gewesen sein, entgegnet er. Außerdem weiß ich, dass es keiner war. Aber wie soll das möglich sein? Will ich jetzt wissen. Ich denke, dass Gott seine Gründe dafür hat, manche Leben zu beenden. Die Uhr tickt, während wir uns anschauen. Dann redet der Fremde weiter. Keiner weiß, was den Allmächtigen dazu bewegt, manche Leben zu beenden. Vielleicht ist es auch der Teufel, als Gegenspieler Gottes, der willkürlich Leben nimmt. Und Gott ist es, der einen vorwarnen will, um einem die Chance zu geben, bestimmte Gelegenheiten noch in Ordnung zu bringen. Keiner weiß es. Die Erkenntnis hatten wir, glaube ich, schon. Er nimmt jetzt wieder einen Schluck. Doch plötzlich verschluckt er sich und etwas von dem Bier landet auf dem Tisch. Der Mann rutscht schnell zur Seite, damit das Bier nicht auf seine Hose tropft. Warten Sie, sage ich. Ich hole Ihnen einen Lappen. Als ich aus der Küche wiederkomme, bleibe ich wie angewurzelt stehen. Der Fremde liegt mit dem Kopf auf dem Tisch, als wäre er in den zehn Sekunden, in denen ich weg war, eingeschlafen. Ich stupse ihn an, doch er rührt sich nicht. Ein Grauen packt mich, wie ich es noch nie gespürt habe. Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Genau Mitternacht. Plötzlich ist das Ticken der Uhr viel lauter. Hey, hallo? Können Sie mich hören? Sag ich immer lauter, während ich ihn schüttle. Da er nicht reagiert, fühle ich mit meiner Hand nach seinem Puls. Nicht vorhanden. Ich springe auf, renne zum Telefon, wähle den Notruf. Noch immer wird es nicht in meinen Kopf, wie das passieren konnte. Das kann doch gar nicht sein. Es muss ein Traum sein. Ja? Meldet sich eine Stimme. Hallo, hier spricht Paul Hengart. Ich bin im Dier, in der Königsstraße 35. Und dein Gast ist hier gerade umgekippt. Ich kann keinen Puls fühlen. Alles klar, sagt der Mann ruhig, aber bestimmt. Bleiben Sie bei ihm. Legen Sie ihn in die stabile Seitenlage. Wir schicken einen Krankenwagen. Eine Woche später stehe ich auf dem dörflichen Friedhof zusammen mit etwa 30 anderen Menschen. Nachdem der Krankenwagen eingetroffen war, hatten die Ärzte nichts mehr für den fremden Mann namens Stefan Karlsson tun können. Er war tot. Die Todesursache war Leberversagen aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums. Das war mir ein Rätsel. Er hatte weder besonders viel getrunken, noch besonders betrunken gewirkt. Es muss eine andere Ursache haben, oder? Aber es war etwas an der Sache mit seiner Vision dran. Eine ältere Frau nähert sich mir. Darf ich fragen, wer Sie sind? Fragt sie. Sie hat Tränen in den Augen. Ich reiche ihr die Hand und sage, Paul Hengart, ich bin der Barkeeper von Dier und Sie sind seine Mutter, antwortet sie. Wissen Sie, es ist mir schleierhaft. Wissen Sie irgendetwas genaueres, was mit ihm an diesem Abend nicht gestimmt hat? Scheinbar hat er viel getrunken, aber den Alkohol hat er eigentlich schon vor Jahren aufgegeben. Außerdem ist er noch am Tag seines Todes zu mir gekommen und hat sich bei mir betankt. Dafür, dass ich eine so gute Mutter sei, Frau Karlsson stürzte auf. Auch hat er sich mit seinem Vater ausgesprochen, mit dem er zerstritten war. Es ist fast ein Wunder, dass er sich nach über zwei Jahren genau an dem Tag seines Todes entschuldigt hat. Wissen Sie, im Nachhinein wirkt es fast so, als hätte er gewusst, was ihn erwartet. Aber das wird einfach nicht zu ihm passen, dass er sich absichtlich was antut. Niemand hätte das erwartet. Sehr merkwürdig, sage ich. Jetzt bin ich wieder in meiner Rolle als Barkeeper. Ich höre zu, ohne antworten zu müssen. Ich wüsste auch nicht, was ich sagen soll. Dass ihr Sohn eigentlich so wenig getrunken hat, dass das als alleinige Todesursache fast schon auszuschließen wäre, wenn es nicht die Erkenntnis sämtlicher Ärzte wäre, behalte ich für mich. Ich werde den Teufel tun, ihr das zu erzählen. Während ich dem letzten Gast vor mir meine Sorgen abnehme. Oh, ja, nicht meine, verdammt, das war ein langer Satz, Schwester. Ich bin im McLarenz in der, ups, ach du Scheiße, oh Gott, das fällt mir jetzt erst auf, dass ich meine, dass ich die Datei hier gar nicht überarbeitet habe. McLarenz war der ursprüngliche Name für die Bar, weil ich einfach absolut beim Schreiben keinen Plan hatte, wie ich die Bar nennen soll. Und dann habe ich halt erstmal den ersten Barnamen, der mir einfiel, genommen und habe halt diesen Namen von der Bar aus How I Met Your Mother genommen, weil ich den Namen, ja, keine Ahnung, der fiel mir so spontan ein. Das habe ich hier noch nicht geändert, dass ich das jetzt umgenannt habe, die ja... Meistens weiß ich gar nicht, was... Alter! Oh man, die letzten Male ging das irgendwie insgesamt viel besser, muss ich sagen. Also irgendwie da habe ich gefühlt eine halbe Seite am Stück gelesen und dann vielleicht einmal mich verhaspelt und jetzt verhaspelt, wie ich mich nachgefühlt, jeden zweiten Satz, nicht mal normal kann ich reden.